Es geht auf das Ende zu. Auf das Ende des Kirchenjahres. Und da mehren sich in der Liturgie jene biblischen Texte, die vom Ende der Welt und der Wiederkunft Christi handeln, so auch das heutige Evangelium mit dem Gleichnis von der Übergabe respektive Verwaltung der Talente. Und das geht so. Ein tüchtiger, wohlhabender Geschäftsmann geht für längere Zeit auf Auslandsreise und ehe er abreist, vertraut er seinem Vermögen drei tüchtigen Mitarbeitern an, von denen er hofft, dass sie treuhänderisch mit seinem Gut umgehen. Kaum ist der Chef abgefahren, gehen zwei Mitarbeiter ans Werk und legen das Vermögen gewinnbringend an. Man beachte, ein Talent wiegt etwa 40 Kilo und gemessen in Gold sind das 50.000 Euro je Kilogramm. und möchten dem Chef nach seiner Rückkehr eine stattliche Summe mit Gewinn überreichen. Der dritte Mitarbeiter zaudert. Er kennt seinen Chef als strengen Vorgesetzten, fürchtet ihn und ist wohl auch unsicher, wie er denn das Vermögen gewinnbringend anlegen soll. Und so geht er auf Nummer sicher und legt einfach alles mal in den Safe, bis sein Chef zurückkehrt. Nach der Rückkehr ruft der Chef seine Mitarbeiter zu sich. Zwei können voll stolz erzählen, dass sein Vermögen in seiner Abwesenheit dank ihres Geschichts sich gewaltig um 100% vermehrt hat. Bei jenen mit fünf Talenten wurden aus 10 Millionen sage und schreibe 20 Millionen. Man kann sich vorstellen, wie stolz der Chef auf diese beiden Mitarbeiter war. Den dritten jedoch erwischt die Rache des Chefs. Er geht zum Tresor, holt den 40-Kilo-Barren heraus und gibt ihn zurück. Zwar hat er nichts veruntreut, es kam auch zu keinem Verlust, aber durch sein Handeln hat er einen Zugewinn vereitelt. Während die ersten beiden zum Freudenfest bei ihrem Chef eingeladen sind, fliegt der dritte in hohem Bogen hinaus. So weit, so klar. Doch warum findet sich ein solches Gleichnis in der Bibel und was hat es uns am Ende des Kirchenjahres zu sagen? Der Herr im Gleichnis ist unser Herr Jesus Christus. Er vertraut jenen, die er zu seinen Freunden erwählt hat, Talente an. Talente nicht nur im Sinne von Charismen, von besonderen Begabungen, sondern ein äußerst wertvolles Talent. Das Talent des Glaubens. Die Zeit der Abwesenheit des Chefs im Gleichnis ist die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten. Das ist jene Phase, in der sich den Freunden Jesu die Frage stellt, wie sie mit diesem Talent des Glaubens umgehen. Und wir wissen selbst, die einen pflegen es, mühen sich im Glauben voranzuschreiten, selber immer tiefer in das Geheimnis Gottes einzudringen und die anderen leben so, als hätten sie dieses Talent nie empfangen und scheren sich auch nicht weiter darum. Nach seiner Rückkehr fordert der Herr Rechenschaft. Was hast du aus dem Talent des Glaubens in der Zwischenzeit gemacht? Warst du ängstlich, zum öffentlichen Bekenntnis zu feige? Oder hast du mit deinem Talent des Glaubens zur Vertiefung deiner und deiner Mitmenschen Gottesbeziehung beigetragen? Das Gleichnis lehrt uns, dieses Leben ist ganz entscheidend. Es bietet die Chance der Beziehungspflege, der Beziehungsintensivierung mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist zugegebenermaßen mühsam, zuweilen sogar anstrengend, weil wir den Herrn weder sehen noch hören. Doch es ist zielführend. Nutzen wir diese Chance. Sie ist einmalig.